1.275 Elfmeter in drei Stunden auf zwei Tore, das hat bisher noch keiner geschafft. Gemeinsam wollen wir Fuldaer beim Fulda Cup den Rekord knacken, genau diese Zahl an Toren in die zwei Tore im Stadion reinzuschießen. Weil Fulda eine inklusive Stadt ist und Fußball die Menschen zusammenführt. Weil jeder mitmachen kann. Alle schießen mit. Weil ihr mit jedem Elfmeter etwas Gutes tut. Der Fulda Cup ist ein tolles Event für die ganze Familie. Weil auf die Unternehmen, Schulen und Vereine mit den meisten Schützen tolle Preise warten. Bitte kommt am 15. Juni in die Johannesau zum Fulda Cup. Seid unbedingt dabei! Das ist geil!